Bevor ich mit dem Video loslege, möchte ich euch daran erinnern, dass ihr diesen Kanal hier abonniert. Bitte drückt auf den Abo-Button, bitte drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr in der Zukunft verpasst. Ja, es ist mir eine große Freude bekannt zu geben und anzukündigen und eine Durchsage zu machen, dass ich wieder zurück bin. Ich bin wieder da und ihr könnt euch auf spannende und gute Videos freuen. Die Videoproduktion startet bereits heute Abend um 7 Uhr beim Livestream, also bitte, bitte seid beim Livestream heute Abend um 7 Uhr dabei. Ich freue mich wirklich drauf, in der nächsten Zeit wieder Videos zu machen, wieder für euch live da zu sein und euch spannende Videos zu präsentieren. Also seid gespannt, was auf euch zukommt. Ja, das war es auch schon, was ich sagen wollte und bis dahin. Ciao, ciao.